Hallo liebe YouTube-Gemeinde, herzlich willkommen hier zum Wochenstart. Ja, ich hoffe, Sie hatten ein schönes und erholsames Wochenende. Ja, diese Woche fängt ja genauso an, wie die letzte aufgehört hat, nämlich ziemlich ereignisreich. So, und ich möchte mal beginnen mit einer brandheißen Meldung. Und zwar berichtet die Hessenschau. Negativauszeichnung. Remigration zum Unwort des Jahres gewählt. Remigration ist das Unwort des Jahres 2023. Das hat eine Jury aus unabhängigen Sprachexpertinnen und Sprachexperten am Montag in Marburg mitgeteilt. Das Wort sei als rechter Kampfbegriff, beschönigende Tarnvokabel und ein die tatsächlichen Absichten verschleiernder Ausdruck gebraucht worden, kritisierte die Jury. Der harmlos daherkommende Begriff Remigration wird von den völkischen Nationalisten der AfD und der Identitären Bewegung benutzt, um ihre wahren Absichten zu verschleiern. Die Deportation aller Menschen mit vermeintlich falscher Hautfarbe oder Herkunft, selbst dann, wenn sie deutsche Staatsbürger sind, begründete der diesjährige Gastjuror, CDU-Politiker Ruprecht Polenz, die Wahl. Soviel zum Thema Unabhängigkeit der Jury. Also, Sie alle kennen sicherlich Ruprecht Polenz. Das ist dieser, wie soll ich sagen, linkstotalitäre Ökosozialist im Körper eines Christdemokraten. Der macht ja bei Twitter von sich reden. Mich hat er leider schon geblockt, ich weiß auch nicht warum. Nun werfen wir vielleicht mal einen Blick auf die weiteren Jurymitglieder. Da hätten wir zum Beispiel Prof. Dr. Konstanze Spieß. Bei Wikipedia lesen wir, seit 2019 ist sie Professorin am Institut für Germanistische Sprachwissenschaft an der Philips-Universität Marburg. So, ihre Forschungsschwerpunkte sind Diskurslinguistik, Sprachgebrauch in öffentlich-politischen Diskursen, Sprache und Politik, Achtung jetzt kommt's, sprachliche Gewalt, populistischer Sprachgebrauch, Sprache, Bioethik, Textlinguistik, Sprache und Kunst und Genderlinguistik. Ja, dann haben wir noch Dr. Christine Cook, Co-Leiterin der Arbeitsstelle für Linguistische Gesellschaftsforschung an der Uni Magdeburg. Themenschwerpunkte, diskriminierende Sprache. Ja, und dann haben wir noch Alexandra Katharina Kütte-Meyer, ist Journalistin und arbeitet unter anderem als Dozentin und Beraterin für Social Media und Digitale Transformation. Zuvor leitete sie die Politikredaktion der Frankfurter Rundschau. Ja, ich denke, Sie alle kennen die Frankfurter Rundschau. Das ist dieses linksextremistische Schmierblatt, das tatsächlich immer noch zahlende Leser hat. Ich weiß nicht, warum es dieses Blatt immer noch gibt. Es war vor Jahrzehnten vielleicht einmal ein lesbares Magazin, mittlerweile nicht mehr. Nun, ja, und was lesen wir dann? Auf der Seite zum Wettbewerb. Achtung! Die sprachkritische Aktion basiert auf dem Interesse und auf der Mitwirkung der BürgerInnen. Jede Person kann bis zum, Achtung, 31.12. eines jeden Jahres schriftlich Unwortvorschläge an die Jury einreichen. Also bis zum 31.12. Ja, dann ist es bestimmt auch wirklich nur ein total kurioser Zufall, dass der Begriff gewählt worden ist, der erst letzte Woche bei Twitter die Runde gemacht hat und dort ganz oben in den Trends stand, nämlich Remigration. Ja, und warum? Nun, warum war dieser Begriff oben in den Trends? Nun, das lag natürlich an diesem Geheimtreffen der AfD, auf dem diese AfD-Mitglieder da ihren Geheimplan ausgeheckt haben. Und ich sag's mal so, es ist bestimmt auch nur ein Zufall, dass immer solche Begriffe zum Unwort gekürt werden, die die jeweilige, ich sag's mal so, Regierungsagenda in ein kritisches Licht rücken. Ich möchte kurz zitieren, das waren die gekürten Begriffe der letzten Jahre. 2022 war es der Klimaterrorist oder die Klimaterroristen. 2021 war es Pushback. 2020 Corona-Diktatur und Rückführungspatenschaften. 2019 war es die Klimahysterie. Und 2018 Anti-Abschiebe-Industrie. Ja, ich schätze mal auch die Wahl des diesjährigen Unwortes soll vermutlich dazu beitragen, jene Leute zu diskreditieren, die ein Umdenken bzw. ein Umlenken in der Migrationspolitik einfordern. Ja, und das sind nun nach jetzigem Stand einzig und ausschließlich die Politiker der AfD. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt, ich glaube, solche Aktionen, die können und werden sich am Ende wirklich nur als Rohrkrepierer erweisen. Ja, und dass beispielsweise auch die letzte Kampagne, also die Kampagne der letzten Woche bezüglich der AfD und ihrem Geheimtreffen mit dem Geheimplan nach hinten losgegangen ist. Naja, ich sag's mal so, darauf lässt folgende Meldung des MDR schließen. Und zwar berichtet der MDR Kommunen AfD-Kandidat nach erster Runde der Landratswahl im Saale-Orler-Kreis vorn. Bei der Landratswahl im Saale-Orler-Kreis hat keiner der vier Bewerber den nötigen Stimmenanteil von mehr als der Hälfte erzielt. Die meisten Stimmen holte der AfD-Politiker Uwe Trum mit 45,7 Prozent, gefolgt von Christian Hergott von der CDU mit 33,3 Prozent, der parteilosen SPD-Bewerberin Regina Butz mit 14,2 Prozent und dem linke Kandidaten Ralf Kallig mit 6,9 Prozent. Ja, die Wahlbeteiligung lag bei 65,5 Prozent. Ich finde, das ist doch relativ viel. Damit gehen Trum als Sieger und Hergott als Zweiter in die Stichwahl am 28. Januar. Gewinnt Trum die zweite Runde, wäre er nach Robert Sesselmann in Sonneberg, der zweite AfD-Landrat in Thüringen. Ja, da hat also wirklich nicht mehr viel gefehlt, dass eben der AfD-Kandidat direkt im ersten Anlauf die Mehrheit gewonnen hätte. Ist nicht passiert und jetzt, naja, wie gesagt, die zweite Runde steht dann in zwei Wochen an. Und jetzt hängt es davon ab, wie viele der übrigen Wähler, also die Wähler des linken Kandidaten und die Wähler der parteilosen oder SPD-Kandidatin, wie viele von denen jetzt ihre Stimme dem CDU-Kandidaten geben werden. Ich vermute, man wird sich dazu entscheiden, hier das Schlimmste zu verhindern. Und alle Stimmen, die jetzt an den linken Kandidaten bzw. an die parteilose Kandidatin geflossen sind, die fließen jetzt an den CDU-Mann. Also ich sehe die Chancen da tatsächlich eher schlecht für den AfD-Kandidaten. Nichtsdestotrotz, also diese Zahlen sprechen ja schon eine ziemlich, ziemlich deutliche Sprache. So, man sieht, es ist zumindest im Osten mittlerweile nicht mehr möglich, einen Kandidaten aufzustellen, der nicht alle anderen Stimmen, alle anderen Parteien braucht, um den AfD-Kandidaten zu bezwingen. Also da ist die Allparteienkoalition, wenn man so will, längst Wirklichkeit geworden. Ja, und wo wir jetzt schon mal bei Stimmungsbildern sind, hier vielleicht noch mal die aktuellen Umfrageergebnisse zu der Frage, wen die Bürger denn wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären. So, da haben wir beispielsweise die Forschungsgruppe Wahlen, die haben für das ZDF ermittelt, dass die SPD nur noch bei 13% liegt, hat also wieder 1% verloren. Die Union hat ebenfalls 1% verloren, liegt jetzt bei 31%. Die Grünen bleiben stabil bei 14%. Die FDP hat 1% verloren und ist jetzt bei 4%. Würde also aus dem Bundestag fliegen. Die AfD bleibt ebenfalls stabil bei 22%. Ja, und wer neu ist, das ist dieses Bündnis Sarah Wagenknecht. Und die kommt laut dieser Umfrage auf, ja, auf 4%. Ja, das ist ja schon mal, ich sag's mal so, nicht schlecht. So, verloren haben also SPD, Union, FDP, ja, und die Sonstigen. So sind diese 4% da zustande gekommen. Eine andere Umfrage von Insa für Bild am Sonntag hat ergeben, dass die SPD ebenfalls 1% verloren hat, auf 15% kommt. Die Union hat auch 1% verloren, kommt auf 30%. Die Grünen stabil bei 12%. Die FDP käme nach dieser Umfrage tatsächlich gerade noch so mit Ach und Krach auf die 5% und würde dadurch im Bundestag verbleiben. Die AfD verliert auch 1% und hier an dieser Umfrage fällt auf, dass dieses Bündnis Sarah Wagenknecht noch nicht aufgeführt worden ist. Allerdings gewinnen die Sonstigen um 3%. Also könnte ich mir vorstellen, dass diese 3% wohl nach dieser Umfrage an das Bündnis Sarah Wagenknecht geflossen wären. Und ja, also ich sag's mal so, das ist jetzt nicht der ganz, ganz große Wurf. Da hatten ja andere Umfragen, ich hab's letzte Woche schon gesagt, aus dem September suggeriert, dass diese Partei wohl doch deutlich, deutlich mehr Stimmen wird erzielen können, dass diese Partei vor allen Dingen der AfD Stimmen wird abknüpfen können. Aber dem scheint wohl nach diesen beiden Umfragen nicht so zu sein. Und ich sag's mal so, ich denke, dass dieser relativ hohe Zuspruch von 3-4% für diese Partei, die ja gerade mal gegründet ist und die eigentlich ja noch niemand so richtig kennt, dass die darauf zurückzuführen sind, dass diese Partei jetzt gewissermaßen gerade noch so in aller Munde ist. Aber fraglich ist selbstverständlich, ob diese Partei es überhaupt hinbekommt, zur nächsten Bundestagswahl flächendeckend anzutreten. Da ist noch viel Arbeit zu leisten. Ob das gelingt, ich weiß es nicht. Augenblick. Ja, schauen wir mal. Warten wir das Ganze doch mal ab. Nun, weiter im Text. Es wurde ja demonstriert, auch gegen die AfD. Und zwar am vergangenen Wochenende gegen die AfD und gegen Rechtsextremisten. Und ich möchte hier mal zitieren aus Zeit Online. AfD-Geheimtreffen. Tausende protestieren in Berlin und Potsdam gegen Rechtsextremismus. Demokratie verteidigen. In Berlin ruft Fridays for Future zu einer Demo am Brandenburger Tor. In Potsdam gehen auch Olaf Scholz und Annalena Baerbock auf die Straße. Nach dem Geheimtreffen von AfD-Politikern und Rechtsextremisten haben in Berlin, Potsdam und anderen Städten Tausende Menschen gegen Rechts demonstriert. An der Kundgebung im Zentrum Potsdams nahmen nach Angaben von Brandenburgs Staatskanzlei rund 10.000 Menschen teil. Darunter waren Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock. In Berlin sprach die Polizei von mehreren Tausend Teilnehmern. Ja, und wenn das mal nicht ebenfalls komplett in die Hose gegangen ist, also was die Außenwirkung angeht. Gut, also in Potsdam 10.000, in Berlin Zehntausende. Und ich möchte jetzt mal der Zeit unterstellen, dass sie die Zahlen hier nicht nach unten manipuliert, sondern vielleicht eher nach oben. Und ja, wer hat eigentlich alles dazu aufgerufen, zu diesen Demonstrationen? Wie gesagt, das waren Fridays for Future, das waren Sozialverbände, das war die Grüne Jugend, Das war Extinction Rebellion, das waren die Jusos noch und noch viele, viele andere Vereinigungen. Und diese systemtragenden Gruppierungen, die da zu dieser Demonstration gegen die AfD aufgerufen haben, haben es dann tatsächlich nur zu dieser, ich sag mal etwas bescheidenen Teilnehmerzahl gebracht. Und ja, das zeigt eigentlich, wie groß das Interesse der normalen Bevölkerung an diesem Thema ist. Es ist nämlich so gut wie gar nicht vorhanden. Und ich glaube, das haben vermutlich auch Olaf Scholz und Annalena Baerbock gemerkt, beziehungsweise begriffen an diesem Tag. Zumindest lassen die Bilder, also diese Pressefotos, die von diesen beiden die Runde gemacht haben, darauf schließen, dass man mit den Veranstaltungen nicht vollumfänglich zufrieden gewesen ist. Ja, apropos Olaf Scholz. Vielleicht noch mal eine Meldung am Rande. T-Online berichtet. EM in Berlin. Fußballfans pfeifen Olaf Scholz bei Deutschlandspiel aus. Das hatte sich Olaf Scholz wohl anders vorgestellt. Beim zweiten deutschen EM-Gruppenspiel der Handball-Nationalmannschaft wurde der Bundeskanzler mit einem lauten Pfeif-Konzert begrüßt. Als Deutschlands Gegner Nordmazedonien Mitte der ersten Hälfte beim Stand von 9 zu 4 für die DHB-Auswahl eine Auszeit nahm, hieß der Hallensprecher Scholz in der Berliner Mercedes-Benz Arena willkommen. Die Reaktion in der mit mehr als 13.000 Zuschauern ausverkauften Arena? Pfiffe! Mehrere Sekunden lang buten tausende Fans den 65-Jährigen aus. Ja, so eins muss man ja sagen. In der DDR hat man es ja tatsächlich noch kurz vor Schluss immer noch geschafft, wenigstens im Fernsehen den Eindruck zu gewinnen, als wenn das Regime den Rückhalt der Bevölkerung genießen würde. Das ist hier in Deutschland schon längst nicht mehr so. Da stellt man wirklich pausenlos und immer und immer wieder fest, dass diese Leute, also sprich diese Olaf Scholzes und diese Annalena Baerbocks, sich gar nicht mehr blicken lassen müssen. Sie werden halt ausgebucht, ausgefiffen und entsprechend empfangen von den Menschen, die wohl allesamt die Schnauze voll haben. Apropos Rückhalt, die Bauernproteste gehen ja heute in die nächste Runde, und zwar in Berlin. Sie kriegen es ja mit, ich möchte mal kurz zitieren aus der Bild-Zeitung, 10.000 Teilnehmer in Berlin erwartet. Schon 5.000 Trecker blockieren Regierungsviertel. Auch für Montag haben die drei Ampelfraktionschefs, Vertreter von acht Bauernverbänden, zu Gesprächen eingeladen. Denn die Wut der Bauern bleibt riesig. Auch nachdem die Regierung die Kfz-Steuer für Trecker wieder gestrichen hat. Die Landwirte verlangen auch die Rücknahme der Kürzungen beim Agrardiesel. Sonst wird weiter demonstriert. Bauern bereit für weitere Streiks. Bauernpräsident Joachim Ruckwied. 70% der Deutschen stehen hinter uns. Wir hoffen, dass endlich Vernunft einkehrt. Nur ein Einlenken der Politik kann weitere Proteste verhindern. Also da deutet sich zumindest an, dass wenn es jetzt zu keiner Lösung kommen wird, dass die Bauern dann wohl weitermachen werden mit ihren Protesten. Markus Drexler, 36, Sprecher des Bayerischen Bauernverbands, zu BILD. Die Einladung der Ampelkoalition werden wir annehmen. Auch wenn sie herzlich spät kommt. Der Kompromiss, der jetzt auf dem Tisch liegt, bedeutet für die Branche, stirb langsam. Ja, wir dürfen also wirklich gespannt sein, wohin die Reise geht. Aber unsere Regierung wäre ja schließlich nicht unsere Regierung, wenn sie sich nicht zum Handeln genötigt sehen würde. Und so preschte gerade heute Landwirtschaftsminister Özdemir mit folgendem sagenhaften Vorschlag vor. Ich zitiere, neue Steuer auf Fleisch und Butter. Özdemir schlägt Bauern-Soli vor. Deutschlands Bauern protestieren auf der Straße gegen die Politik der Ampelregierung. Auch heute machen Tausende in Berlin ihrem Ärger Luft. Eine Lösung im Zoff um gekürzte Agrarsubventionen könnte uns Verbraucher bald teuer zu stehen kommen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen bringt einen Bauern-Soli auf tierische Produkte ins Spiel. Mit dem milliardenschweren Tierwohl-Cent könne der tierwohlfreundliche Umbau von Ställen finanziert werden, sagte der Minister. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, vielmehr müssen wir es jetzt endlich mal einbauen, sagte Özdemir der Süddeutschen Zeitung. Schon wenige Cent mehr pro Kilo Fleisch würden bedeuten, dass unsere Landwirte Tiere, Klima und Natur besser schützen können. So wie es doch alle verlangen. Wer es wirklich ernst meine, mit einer zukunftsfesten Landwirtschaft muss da endlich springen, meint der Minister. Ja, und fällt dir wirklich nichts mehr ein, so führ einfach eine Steuer ein. Als es Politiker-Sprichwort habe ich mir gerade ausgedacht. Also eins muss man dem Cem Özdemir ja wirklich lassen. Er versteht es wirklich, einen Keil zwischen die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zu treiben. Also an Niedertracht ist das nun wirklich kaum mehr zu überbieten, wenn Sie mich fragen. Aber ja, statt der Bauern sollen jetzt nämlich die Bürger bluten für Misswirtschaft, für Geldverschwendung, für Klimaideologie und, und, und. Aber wie gesagt, wenn Sie mich fragen, von dieser Gestalt war nichts anderes zu erwarten. Also ich bin da diesbezüglich nur sehr, sehr mäßig überrascht. Die Frage ist jetzt, wie die Bauern darauf reagieren werden, also auf diesen Vorschlag des Landwirtschaftsministers. Nun, und ich kann an dieser Stelle nur hoffen, dass sich die Bauern von diesem Vorschlag nicht werden einlullen lassen. Denn wenn sie das tun sollten, also wenn sie klein beigeben auf Kosten der restlichen Bevölkerung, die dann anstatt den Bauern die Rechnung zu zahlen hätte, dann kann ich mir vorstellen, dass der Rückhalt der Bauern also sich in Nullkommanichts in Luft pulverisiert. Und zwar für lange Zeit, wenn nicht sogar für immer. In dem Sinne, liebe Bauern, wenn Sie sich das hier angucken, gehen Sie auf diesen Vorschlag keineswegs ein. Das wird Ihnen teuer zu stehen kommen. Teurer als die Subventionen, die man Ihnen jetzt, beziehungsweise teurer als die Steuern, die man Ihnen jetzt noch auferlegen möchte. Ja, wollen wir es dabei doch für heute belassen, meine Damen und Herren. Ja, ich hoffe, Ihnen hat die Sendung gefallen. Ich danke Ihnen jedenfalls vielenmals fürs Einschalten. Sie wissen, wir bringen ein wunderbares, sehr libertäres Heft heraus, eigentümlich frei. Ich habe jetzt mal eine etwas ältere Ausgabe von Dezember, weil ich die von Januar nicht finde. Soll ich das noch nicht mal gucken? Nee, die von Januar habe ich gerade hier nicht rumliegen. Wie dem auch sei, also wenn Sie uns unterstützen wollen, dann bestellen Sie doch gerne ein Einzelheft oder ein Schnupper-Abo oder ein Jahres-Abo. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wenn Sie mich dabei unterstützen wollen, Deutschlands größter Schlagerstar zu werden, dann klicken Sie doch bitte auf dieses Video hier, Steuern sind Raub, oder auf dieses oder und oder auf dieses Video. Ich liebe CO2 und teilen Sie diese Videos bitte mit aller Welt. Dafür herzlichen Dank vorab. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder beim Dachtegenduett oder am Freitag beim Wochenausklang auf den jeweiligen Kanälen. Alles Gute, bis dann und Tschüss.